Ich habe sehr viele jüngere, heranwachsende Männer in meiner Community. Deswegen will ich bei dem Thema, wenn ich das selber schon mache, auch ein paar Leute von euch mitziehen. Pornos sind für manche Menschen pures Gift und können ganz leicht das Leben eines jeden Menschen zerstören. Als 20 Minuten hämmern und der Frau am Ende ins Gesicht spritzen. Hämmer ihr denn, man? Und was machen wir mit diesem Premium-Produkt unseres Körpers? Wichsen ihn in ein Taschentuch, was in den Mülleimer neben den PC geschmissen wird. Einer hat mich gefragt, wie mein Pornokonsum in Tulum war. Genau, das gucken wir uns mal an. Weil ich weiß ja auch, meine Community, ich habe sehr viele jüngere, heranwachsende Männer in meiner Community. Und deswegen will ich bei dem Thema, wenn ich das selber schon mache, auch ein paar Leute von euch mitziehen. Also wenn ihr Bock habt, zieht auf jeden Fall mit. Einer schreibt, bin seit über 14 Tagen clean und fühle mich so gut verlangt nach real, echten Frauen, wird größer. Ja, Digga, das habe ich jetzt schon nach vier Tagen, Bro. Das habe ich jetzt schon nach vier Tagen, dass ich auch wieder mehr Bedürfnis danach habe, mich mit jemandem auch mal zu treffen. Wo es auch, weißt du, einfach diese weibliche Energie zu spüren so um mich rum. Das Bedürfnis wird größer schon nach vier Tagen. 100% Bro. Wer war das? Ich bin Mikael. Mikael. Das war der Mikael. So, ich habe hier ein Video zu dem Thema. Lass uns das mal kurz reingönnen. Pornosucht zerstört dein Gehirn und warum du damit sofort aufhören musst. Let's do it, man, Alter. Titel des Videos mag sich vielleicht extrem anhören, aber ob du es glaubst oder nicht, Pornos sind für manche Menschen pures Gift und können ganz leicht das Leben eines jeden Menschen zerstören. Dabei heißt es doch, Masturbation ist gesund, es baut Stress ab und du lernst deinen Körper kennen. Das stimmt natürlich, wenn die Masturbation in einem gesunden Rahmen und ohne Pornografie stattfindet. In der Realität sieht es aber so aus, dass je nach Studie und Altersgruppe zwischen 50 und 99% der Männer schätzungsweise regelmäßig Pornos schauen. Das Problem sind aber nicht die Pornos an sich. Das Problem ist, dass niemand Konsumenten von Pornos erklärt, all das, was du siehst, ist nur ein Fake-Schauspiel. Und wenn zwei Menschen miteinander schlafen, dann ist es mehr als 20 Minuten Hämmern und der Frau am Ende ins Gesicht spritzen. Im Verlauf unseres Lebens erleiden wir zahlreiche Emotionen Traumata. Als Kind und junge Menschen haben wir noch nicht die Fähigkeiten, um mit diesen Situationen umzugehen. Aber auch im Erwachsenenalter verfügen viele Menschen nicht über diese Fähigkeiten. Also müssen andere Dinge herhalten, um diesen Schmerz zu lindern. Wie zum Beispiel Alkohol, Essen, Fernsehen, Zigaretten, Drogen oder eben Pornos. Und fühlt man sich besser, nachdem man ein Genussmittel missbraucht hat, um den Schmerz zu betäuben? Nicht unbedingt. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum man sich so schlapp fühlt, nachdem man zum Höhepunkt gekommen ist? Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen Masturbation und Geschlechtsverkehr und sagt dir, nachdem du gekommen bist, Mission erfüllt. Wir können uns endlich zurücklehnen und entspannen. Außerdem ist das Erzeugen von Samen biochemisch sehr aufwendig für den Körper und in ihm stecken viele Mineralstoffe und Proteine. Es heißt nicht umsonst Samen, denn aus deinem Samen soll schließlich neues Leben entstehen. Die Natur will der nächsten Generation nur das Bestmögliche zur Verfügung stellen. Und was machen wir mit diesem Premiumprodukt unseres Körpers? Wichsen ihn in ein Taschentuch, was in den Mülleimer neben den PC geschmissen wird. Ist schon hart, Digga, der hat halt seine Wortwahl so. Aber es ist halt wirklich Fakt, ne? Das ist kreierende, ist nicht nur DNA, Protein und Calcium, das ist auch kreierende Energie. Weißt du, wie ich meine so? Das ist Creation. Das haust du in ein Taschentuch rein und schmeißt es einfach so in den Mülleimer. Weißt du, wie ich meine so? Das ist schon krass. Und wer hat das von euch nicht? Auch manchmal sogar... Oh shit, man. XRamTate. Danke für das Abo. Ich küsse dein Herz. Aboerin, man. Danke für den Support, bro. Äh, jetzt hab ich den Faden verloren. Egal, wir gucken erstmal weiter. Natürlich heißt das nicht, dass jeder Mann, der regelmäßig zu Pornos masturbiert, sein Leben nicht im Griff hat oder unzufrieden ist. Im Gegenteil. Viele meiner Klienten sind Manager oder Führungskräfte mit vielen Mitarbeitern unter sich. Aber ich bin mir sicher, dass jeder Mann, der lernt, seinen Sexualtrieb zu beherrschen, um ein Vielfaches erfolgreicher sein kann und einen höheren Grad an Selbstbestimmung erreicht, als wenn er ständig sich damit belasten muss, seine Sexualtriebe zu befriedigen. Ob das Ziel nun finanziell... Äh, der Tufan sagt gerade, ich fühl mich danach immer dreckig und bereue es. Ja, man fühlt sich irgendwie lost ein bisschen, ne? Man fällt halt in so ein kleines Loch rein, sag ich mal so. Und diese Lostness, die... Ja, guck mal, ich hab das auch bei Sex, wenn ich Sex hab mit Frauen, wo ich keine emotionale, persönliche Bindung richtig zu denen habe, sondern also One-Night-Stand mäßig einfach. Was ich schon sehr oft in meiner Vergangenheit gehabt hab, so. Da ist es auch so oft so, dass du, sobald du gekommen bist, einfach komplett den Turn verlierst, brutale Abturner bekommst, auch teilweise die Frau schlecht behandelst und so. So, was überhaupt nicht gut ist, ist überhaupt nicht korrekt und das sollte man auch nicht machen. Und das will ich auch jedem ans Herz legen, tut das nicht so. Aber es ist halt so. Und das einzige Mal, wenn ich mir die Hand aufs Herz lege, die einzige Male, wo ich mich nicht scheiße gefühlt hab, war, wenn ich eine Frau richtig geliebt hab, so. Wenn ich mit Herz dabei war, mit Seele dabei war, wenn... Wenn ich kein... Also da hatte ich dann am Nachhinein... Ich war nur das Schlappe, hatte ich, aber ich hatte nicht dieses Abturner-Gefühl, dieses so irgendwas. Also dieses Gefühl, was du hast, ich kann es schwer beschreiben, aber das zeigt dir ja oder sagt dir ja, irgendwas machst du falsch oder irgendwas läuft da gerade falsch so. Und das kann man auch gut ignorieren. Ich hab's auch gut geschafft. Ich hab das nicht so krass gehabt, weißt du, wie ich meine so? Manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Irgendwann mit den Jahren gewöhnst du dich einfach dran und sagst scheiß drauf so. Aber wenn du das bei dir behältst, diese Energie und diese nicht einfach so rauslässt und verschwendest, dann, wie er auch eben gesagt hat, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass du sowohl in der Liebe, als auch wenn es ums finanzielle Thema oder Erfolgsthema geht, mehr Erfolgschancen hast du. Wenn du bei jedem Kampf auf ihn setzt, wirst du ein reicher Mann, denn er wird keinen einzigen Kampf verlieren. Ich glaube, seine Gabe ist die sexuelle Kontrolle. Jede, jedes, 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 jedes Bursche, der seinen Sextrieb kontrollieren kann, kann den Titel gewinnen. Ich glaube es. ... mit Alian und du wirst sehen, dass all diese Personen ihren Sexualtrieb bewusst umgelenkt haben, um ihren Erfolg in ungeahnte Höhen zu katapultieren. Ist so. Das macht für mich einfach Sinn. Oh shit, Justine ist auch da. Was geht ab, man? Justine it in, Alter, was läuft, was läuft, was läuft, wie geht's dir? Die American Psychological Association geht davon aus, dass etwa 9% aller Pornokonsumenten es schon mal probiert haben, aufzuhören, aber es nicht geschafft haben. Also Millionen Menschen weltweit schaffen es nicht, mit bloßer Willenskraft ihren Konsum zu beenden. Das ist alleine schon krass, weißt du, wenn du es nicht schaffst, von alleine mit deiner eigenen Willenskraft das nicht zu lassen, dann zeigt es dir, dass es nicht, dass es nicht gesund, weißt du, wie ich meine, so ist es einfach nicht gesund. Und für wen es zwischen ein bis fünf Mal pro Monat normal ist, zu Pornos zu masturbieren, der wird vielleicht noch die Kurve kriegen, aber wer es mehrmals pro Woche oder sogar pro Tag macht und dabei trotz massiver negativer Konsequenzen nicht aufhören kann, der braucht dringend eine andere Strategie. Natürlich kannst du es selber versuchen, dem Problem... Bro, bei mir war es auf jeden Fall mehrmals pro Woche eigentlich jeden Tag, daily. Wie ist es bei euch? Seid mal ehrlich, wie oft holt ihr euch zu Pornos, befriedigt ihr euch selber zu Pornos? ...her zu werden und du kannst dich dabei auch von einigen meiner Videos inspirieren lassen, aber wenn du das Gefühl hast, einen erfahrenen Coach an der Seite zu brauchen, der dir die nötige Motivation gibt und der mit dir zusammen maßgestanderte Strategien entwickelt... ...krasst, da hat er sich darauf spezialisiert, oder was? Hört sich so an, die Pornoblocker, Testsieger, bester Pornoblocker. Hört sich so an, als ob er sich der Thematiker auch verschrieben hat, ne, der Cousin? Auf jeden Fall starkes Video, ein sehr kleiner Kanal, könnt ihr gerne mal abchecken. Wie gesagt, ich habe auf, ähm... Was haben wir, Pornosuch, die drei schlimmsten Fehler. Screen Balance. Krass, der macht das schon lange, seit vor zwei Jahren. Auf jeden Fall, ähm, habe ich auf Englisch noch ein paar andere Videos gefunden, die auch sehr interessant waren, aber ich glaube, euer Englisch, wie ist denn euer Englisch? Da könnte man auch nochmal reinschauen. Aber was ich noch sagen wollte, ist, einer hat mich gefragt, wie mein Pornokonsum in Tulum war. Das ist eine sehr gute Frage, weil... Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich zum ersten Mal so richtig darauf gekommen, das eventuell mal sein zu lassen. Also da hatte ich so viel, also ich hatte zwar extremen Druck, das muss man auch sagen, das muss man ganz klar dazu sagen, in Tulum, so, weil du halt jeden Tag sehr, 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 sehr viele schöne Frauen siehst und dann natürlich der Druck auch steigt, aber das Bedürfnis dann auch, mich mit einem von diesen Frauen zu treffen und das in echt rauszulassen, war halt halt überwogen, sag ich mal so, weißt du, dass ich oft auch einfach mich selbst gar nicht, weißt du, dass ich mir selbst gar nicht irgendwie einen gejackst habe oder so, weil, ja, keine Ahnung, es kam von alleine so. Du meintest mal in einer Insta-Story, dass du seit langem täglich Porn konsumiert hast. Echt täglich, Fragezeichen? Kann mir das bei dir irgendwie nicht vorstellen, aber nice, dass du jetzt aufhörst und das promotest. Ja, Bro, echt, war echt so, täglich, ohne Wenn und Aber. Es gab natürlich Zeiten und Phasen, wenn ich, keine Ahnung, du weißt doch, wenn du irgendwie bei Familie bist oder mal da pennst oder mal woanders bist oder so, dann machst du es mal ein paar Tage nicht oder höchstens mal irgendwie, das Allerhöchste waren Tage, ich habe nicht wochenlang, sonst immer. Und ich bin auch so ein Typ, der immer was brauchte, weißt du, ich brauchte das immer, so Pornos. Fantasie, meine eigene Fantasie habe ich nie richtig benutzt, so. Das ist auch eine Sache, die neu sein wird, wenn ich dann mal irgendwann mal wieder sage, so, okay, ich muss irgendwie Druck ablassen oder, keine Ahnung, es ist keine reale Person gerade in meinem Leben und ich mache es selber so, ich mache es mit Fantasie, dann ist das schon, wird das auf jeden Fall eine Challenge sein, so. Aber das ist auf jeden Fall mein erstes Ziel. Mein erstes Ziel ist, diese Pornos erstmal komplett aus dem Leben rauszubekommen. Wirklich monatelang nicht einen einzigen Pornofilm mehr anzuschauen. So, und dann kann man im zweiten Schritt drüber nachdenken, eventuell das komplett mal über Monate in sich zu behalten und gar nicht rauszulassen und dann zu gucken, was dann noch passieren kann. Weil ich glaube, der Sexualtrieb, es ist, wie gesagt, es ist der Trieb, der uns dazu führt und dazu bringt, neues Menschenleben zu kreieren. Deswegen ist es auch der Trieb oder das, so energetisch gesehen, glaube ich, mit das Höchste, was wir in unserem Körper drin haben, so. Weißt du, und wenn man das kontrollieren lernt und wenn man das zu lenken lernt und weiß, wie man das unter Kontrolle hat und wie man das in gewisse Bahnen reinlenken kann, die einem auch in anderen Sachen helfen können, so, glaube ich, das kann ein krasser Schritt in deinem Leben sein. Und deswegen will ich so viele Leute auch hier aus meiner Community mit auf die Reise nehmen. Lass zusammen durchziehen. Freunde, lass du das, mein Alter. Gerhardo Vienna sagt, ich mach mit ab heute, Blumenbro, korrekt. Schwer bei TikTok und Insta, was man da sieht. Ja, aber es ist trotzdem noch ein Unterschied, wenn du dir bei TikTok irgendwelche Girls reinziehst und so täglich, weißt du, ist vielleicht auch nicht so nice, aber es ist trotzdem noch ein Unterschied wie das, was du auf den Porno-Seiten siehst, Digga. Wenn du selbst auf die Startseiten gehst und sowas gar nicht sehen willst, du kriegst ja dann alle verschiedenen Thematiken, kriegst du so angezeigt. Und dann siehst du Sachen, wo ich auch selber, da siehst du Sachen aus dem Augenwinkel teilweise. Irgendwelche Sex-Games, irgendwelche Spiele, so Sex-Spiele, so, weißt du, so am, wie du spielen kannst am Computer und am Handy. Und dann sind da so irgendwelche Monster-Frauen, die einen Schwanz haben und andere Frauen, weißt du, wie ich meine? Die dann so, Digga, da siehst du Sachen, die einfach unmenschlich sind, weißt du so? Und das ist nicht gut. Alleine das zu sehen und täglich sich damit zu konfrontieren, ist nicht nice. Lass uns damit aufhören. Ich schwör dir. Geil, die Madag sagt, alles gut, Bro, schau jetzt seit Tagen auch null Porn mehr und will auch nur noch, wenn, wenn dann auf Fantasie-Basis die Palme wedeln. Wedel it out, man. Gib mir die, gib mir die, gib mir die Outwedel-Vibes, Bro. Geil. Ist gut, Mann, Alter. Macht mit, Freunde. Glaubt mir. Wird uns allen gut tun am Ende des Tages. So, jetzt passend zum Thema mal die Lager versus Fuckboy oder was?